Gegen Ousman, HFC 44, Runde 1 läuft. Toure mit dem Schwinger, Ousman taucht runter durch, versucht den Takedown zu holen, aber Toure bisher stabil auf den Füßen. Beide tauschen Knie und wilde Schwinger. Clinch-Position, gutes Knie von Ousman. Harter Inside-Kick von Toure. Da hat er sein ganzes Gewicht in diesen Kick gepackt und Ousman aus dem Stand bewegt. Jetzt versucht Ousman ihn hier zu werfen, aber Toure macht sich schwer, macht seine Hüfte schwer, bringt wieder die Füße auf den Boden und löst den Griff. Jetzt versucht Toure selbst den Takedown, hat den Gegner ausgehoben, muss aber aufpassen, dass er hier nicht in dem Guillotine-Choke abgewürgt wird, aber es sieht nicht so eng aus. Solange Toure da seine Hüfte oben behält, dürfte der Griff nicht zu eng werden und er kann vielleicht direkt zur Mount übergehen. Aber Ousman dreht sich raus, muss aber auf dem Weg nach oben ein Knie zum Körper nehmen. Jetzt Ousman mit den kurzen Knien zum Bein, zum Oberkörper. Und beide Kämpfer gönnen sich eine kurze Verschnaufspause. Ruhen sich aus, die ganze Masse muss natürlich mit Blut versorgt werden, daher wird es auch für die großen Jungs schnell anstrengend. Aber Toure sieht für mich noch frischer aus, während Ousman schon schwerer am Atmen ist. Beide versuchen hier mit den wilden Schwingern, oh, Powerbomb! Beide mit den wilden Schwingern und da kam Ousman mit der Bombe, hat versucht hier ein Loch in den Käfigboden zu machen mit seinem Gegner. Noch zwei Minuten in dieser ersten Runde. Und wieder kurze Verschnaufpause. Beide scheinen nicht die absoluten Experten im Bodenkampf zu sein. Keiner versucht seine Position wirklich zu verbessern oder zu verändern. Noch eine Minute dreißig. Jetzt Ousman mit den Schlägen zum Kopf. Ture könnte jetzt versuchen, den Arm von Ousman zu attackieren, aber er sucht den Käfig, um sich da langsam, aber sicher zurück in den Stand zu bewegen. Gut gedreht, noch eine Minute Zeit, kann er jetzt hier selbst aus der Oberlage Schaden anrichten oder seinen Gegner zumindest kontrollieren. Ousman auf den Knien, Ture hinter ihm und versucht jetzt, sich hier die Backmount zu sichern. Ture hängt immer noch auf dem Rücken von seinem Gegner. Dreht ihn jetzt auf den Boden, aber Ousman schafft es, sich da wieder hoch zu scramblen und die letzten zehn Sekunden in dieser ersten Runde laufen. Und dann, ich mach das, dass ich hier noch zu bewegen bin. Ich mach das noch zum Mund immer, bis zum Mund immer! Momente, noch keine so ganz klaren Treffer landen können, außer diesem ersten Low-Kick, den Toure gelandet hat, aber ansonsten nicht so viel extrem Eindeutiges passiert. Zweite Runde. Round 2. Toure mit rechts vorne, Usman mit links vorne, der kurze Kick Richtung Knie und da wieder der Inside Kick von Toure, den könnte er häufiger bringen, der trifft gut, oh Frontkick. Toure mit dem Haken im Vorwärtsgang und Knie, Knie von Usman. Der nächste Inside Kick, die treffen, oh schönes Knie von Usman, aber Toure hatte die Hände vor dem Körper, hat sie größtenteils abblocken können und kann jetzt hier vielleicht aus dieser nahen Distanz im Dirty Boxing Treffer landen. Schöne linke Hand von Toure. Takedown Versuch von Usman, aber Toure steht zu stabil. Oh, schöner Trip-Takedown von Toure bringt Usman direkt in die Unterlage, in die Side-Control und hat jetzt noch drei Minuten und 15 Sekunden, um von dort zu arbeiten. Kann jetzt anfangen, hier mit Ground and Pound zu schlagen, versucht aber erstmal seine Position weiter zu verbessern. Will sich hier ... Bleibt in der Side-Control doch, ich dachte er bewegt sich weiter zur Mauer und arbeitet mit Knien. Kurze Ellbogen, aber Usman dreht sich da raus, explodiert raus, aber Toure schafft es in der Oberlage zu bleiben. Jetzt Wechsel der Position, Usman in dem Headlock, hat hier den Kopf und den Arm von Toure gegriffen, dreht sich jetzt weiter Richtung Rücken und versucht hier den Würger anzubringen. Aber wieder kommen sie zurück in den Stand. Schönes Knie. Und zwei gute Schläge von Usman. Da kommen die Knie. Beide Kämpfer schwer am Atmen. Noch eine Minute 15. Beide Kämpfer haben den Dienst schon mehr oder weniger quittiert, aber ich glaube Usman ist der Fittere von beiden. Wenn er hier jetzt noch ein, zwei Aktionen bringen kann, könnte er da vielleicht den Kampf vorzeitig beenden. Noch 45 Sekunden. Torre versucht hier den Kampf nochmal auf den Boden zu verlagern, bringt ihn nochmal runter. Hier ist die Guillotine eng. Es sieht nicht so aus. Noch 10 Sekunden Zeit. Hier haben wir einen großen Händler, meine Damen und Herren. Hoffentlich gibt es in diesem Kampf keine Extrarunde. Das wäre sowohl für die Kämpfer nicht gut als auch für die Zuschauer. Ramin Ture hat sich komplett verausgabt. Kann nicht mehr. Somit dürfte wahrscheinlich, selbst wenn es eine Extrarunde geben sollte, das Ergebnis feststehen, dass der eine Kämpfer vielleicht gar nicht mehr antritt. Aber so wie es aussieht, gibt es eine Entscheidung. Ringrichter Stefan Müller. Ringsprecher natürlich. Stefan Müller ist im Cage, hat die Karten dabei auf den Punkt bestehen. Lamin Ture. Lamin Ture. Sieger nach Punkten. Die rote Ecke. Lamin Ture. Lamin Ture. Lamin Ture. Lamin Ture. Lamin Ture. Lamin Ture.